so leute ihr seht mal wieder eine andere matte das bedeutet eine neue aufnahmesession für booster und wir fangen an mit throne of a drain das set ist jetzt fast ein jahr her und meiner meinung nach war das so damals der high peak der karten dachte ich damals der gebannt werden so mit den ganz krassen karten mit oku und so weiter und so fort und dann kamen die companions und dann wurde es noch schlimmer und ja gut gucken wir uns die karten an wir haben hier den siedelnden kessel 1 mana artefakt für 3 mana tönt ihr den tappen opfert den und fügt der kreatur 3 schaden zu gedankenraub 3 mana hexerei ein spieler in der wahl zeigt die karten seiner hand offen vor ok dann bestimmt eine nicht land karte der spieler wirft diese karte ab falls du das hat so eine karte mit abenteuer in einem friedhof besitzt sind sechs hier geschickt was man kann noch eine abenteuer karte auswählen wenn man eine mit abenteuer ausgewählt hat oh mein gott sorry das war jetzt wahrscheinlich auch geschnitten weil das hat jetzt lange dauert fuck ich bin noch nicht ganz so wach das merkt man auch also ich merke das ganz ganz hart gerade dann haben wir idyllisches gehöft gehöft die deutschen namen ist eine ebene kommt getappt spieler erzeugt weiß und kommt getappt spieler seiden man kontrolliert drei oder mehr andere ebenen und wenn die ins spiel kommt ungetappt kann man plus 1 bis 1 mag auf eine kreatur legen optionen ein blaues mana hellsicht 1 also man schaut sich die karte eines decks an legt sie entweder drauf oder drunter und danach zieht man eine karte ich habe mein handy nicht ausgemacht heute ist gar nicht mein tag ich will das boost aber noch zu ende machen grabhügel hexen fünf mana 3 4 wenn sie ins spiel kommen bringt man eine ritter karte aus dem friedhof zurück auf die hand das ist story mäßig so geil ich finde auch generell die stories hier drin die artworks sind einfach der shit ich liebe dieses set ein rotes mana spontan zauber eine angreifende kreatur kriegt plus zwei plus zwei bis trampel wissen wenn es zuges angreifende nicht menschen kreaturen verursachen trampel wissen wenn es zuges dann ziemlich guter spell glänzende rüstung zwei mana aufblitzen ausrüstung wenn sie ins spiel kommt legt man sie an einen ritter eurer wahl und sie gibt plus nur plus zwei in was im kalten man kann sie noch für drei mana ausrüsten erbitteter hexenäger vier mal vier vier verursacht trampel wenn er ins spiel kommt bekommt man einen food zusammen durchbrennen zwei mana spontan sauber bestimme zwei kreaturen deiner wahl die von unterschiedlichen spielern kontrolliert werden bringe beide auf die hand zurück okay das ist cool was haben wir denn hier eichenheim widersacher vier mana 2 3 dieser zauber spruch kostet beim wirken zwei mana weniger falls ihr hätten eine bleibende grüne karte kontrolliert dann ist jetzt zwei mana zwei drei deftarge und wenn der im gegner kampfstand zufügt zieht sie in die karte das ist eine ziemlich gute karte eigentlich rechtschaffenheit eine blockende kreatur kriegt plus sieben plus sieben bis zum ende des zuges für ein weißes mana oh gott gieriges verlangen für ein blaues ein schwarzes ein blaues ein schwarzes ein blaues ein schwarzes ein blaues ein schwarzes ein spieler der wahl zeigt die karten auf seiner hand offen vor man bestimmt eine nicht land karte davon im friedhof oder in der hand des spielers und schickt sie in der exil man kann die karte dann wirken aus dem exil und man kann mana bliebiger farbe dafür ausgeben und von feen gestohlen zwei blau und x hexerei bringe eine kreatur der wahl mit umgewahlen man kostet von x auf die hand ihrer besitzer zurück und erzeugt x blauer 1 1 kreaturen spielsteine feenwesen mit flugfähigkeit okay so eine ebene ein wildschwein und ein foil forest ja das war das set wir sehen uns beim nächsten mal bis ito